Letzte Trunnerin der sowjetischen Mannschaft, Jelena Shushunova. Doppelsalter-Geschreck. Oh, ein schwieriger Sprung, dieser Anders-Halbfach-Salzo-Metall-Berdrehung zum Abrollen. Bodentorn ist auch eine Frage des Geschmacks. Urteilen Sie selbst, welche Übungen Ihnen, abseits von aller Akrobatik und Artistik, von den Sprüngen und Schwierigkeiten her, besser gefallen hat. Jelena Shushunova. Und dass die Sowjetunion natürlich in diesem Augenblick zu 100% Weltmeister ist, das steht nach diesen beiden Übungen nun auch weg. Für die Weltmeisterinnen in der Mannschaft 1985, das Team der Sowjetunion mit Vera Kolesnikova, Irina Kolesnikova, Natalia Vyotzenkova, Olga Mostefanova, Oksana Omeliancik und Jelena Shushunova, die ebenfalls eines des Abboten erhalten hat.